im wald schlendern Hallo Freunde Ja, heute wollen wir zusammen in den Wald gehen, denn dort wohnt der böse dunkle Mann und der hat ein kleines Problem Er hat die seiten von seinem notizbuch verloren darum wollen wir ihm heute helfen Ja, da gehen wir einfach ganz frohlockend in den wald kommt alle mit das wird ein großer spaß So, wo wollen wir denn hingehen gehen wir rechts oder gehen wir links. Oh, das ist so spannend die möglichkeiten sind so vielfältig und du kannst dabei sein Slender ist ein spiel für die ganze familie Für alle kinder ab null jahren der große freizeitspaß Sieh einmal dort hinten ist etwas im wald Hoffentlich ist es kein pädophiler oder kein massenmörder das wäre doch ganz schön doof denn wir wollen doch dem dunklen mann seine seiten bringen Vielleicht wohnt dort jemand Vielleicht ja die hex in ihrem knusperhäuschen Oder vielleicht können wir eine erfahrung bringen wo die ganzen seiten so abgeblieben sind Sieh einmal acht riesige gas tanks da grillt wohl jemand sehr gerne Und die fliesenarbeit ist vom allerfeinsten Kein notiz zettel für uns das ist aber schade nicht dass der böse man böse wird nee das ist er ja schon Also die inneneinrichtung ist wirklich sehr schön Hier ist es sehr gemütlich da kann man mit seiner familie einziehen Oh sieh einmal die ganzen fliesen sind kaputt das ist ja doof da mag ich gar nicht mehr wohnen So Dann gehen wir hier mal nach links und schauen einmal hinaus Die gastanks sind richtig schön wer braucht schon einen garten Was sich wohl in den anderen räumen verbirgt Wir werden es erfahren Oh noch eine tür hier ist es wirklich sehr sicher Also wenn ihr einmal alleine im wald seid dann sucht euch das das haus mit den meisten offenen türen Alter die musik geht einem zum glück auch gar nicht um zwirn Diese beschissene fröhliche musik Ab sofort hasse ich beschissene fröhliche musik Dinge Hilfe Hilfe Hilfe